Hallo, ich bin Angela. Pilates erlebte Anatomie richtet sich an dich, wenn du deine Pilates Grundausbildung bereits abgeschlossen hast, aber dich vielleicht bei gewissen Anatomie-Themen noch unsicher fühlst. Oder vielleicht tauchen auch immer wieder dieselben Fragen auf. Wir werden Grundthemen besprechen, die immer wieder zu Unsicherheiten führen, also beispielsweise Frage zu den Handgelenken oder zu den Hüftbeugen. Du hast aber auch die Möglichkeit, deine ganz eigenen, spezifischen Fragen mit an den Kurs zu bringen. Es gibt nur eine Sache und das kann ich dir jetzt schon sagen, das werden wir nicht behandeln und das ist das ganze Thema der Faszien. Das ist so komplex, dass wir dafür bei Art of Motion eine eigene Kursreihe, nämlich Slings, haben. Pilates erlebte Anatomie ist ein interaktiver Kurs, der sehr stark von dir und von den anderen Teilnehmenden lebt. Wir werden eure Fragen nicht nur mündlich besprechen, sondern wir werden tasten, wir werden palpieren, einzeichnen, bewegen, beobachten. Du wirst dich also ganz aktiv mit deinen Themen auseinandersetzen. Eine Möglichkeit ist beispielsweise, dass wir die verschiedenen Muskelzüge an der Bauchmuskulatur mit Bändern darstellen, beispielsweise der Transversus Abdominis, den wir hier zwischen den beiden Sias, den Spina Iliaca anterior-superior, aufkleben. Oder dann als lange Verbindung von diesem T den Rectus Abdominis symbolisieren. Es gibt eine anatomische Besonderheit, das ist die Linie Arcoata und das ist so wie eine Trenlinie, wo sich dann die verschiedenen Bauchmuskelschichten unterschiedlich darstellen in ihrer Topografie, also höher oder tiefer liegen. Und unterhalb dieser Linie Arcoata sieht man dann die Bauchwand herausdrücken, wenn du während den Übungen, wo es um die Zentrierung geht, eben diesen Transversus Abdominis nicht korrekt anspannst. Du kannst dich jetzt auf den Rücken legen. Dabei ist es jetzt wichtig, dass diese quere Linie erhalten bleibt, aber auch die Länge sich nicht verändert. Das Becken ist in der neutralen Position und du kannst deine Beine in die Tabletop-Position nehmen und dann einen Leg Float machen. Sehr gut. Natürlich erwarten wir von dir nicht nur Neugierde und Motivation, sondern eben auch deine aktive Teilnahme. Gerade bei eher theorielastigen Kursen ist es sehr wichtig, dass du und die anderen Teilnehmenden sich aktiv einbringen und Inputs liefern. Nur so bleibt das neu gelernte Wissen oder auch das aufgefrischte Wissen auch dauerhaft haften. Ich freue mich, dich in einem meiner nächsten Kurse zu begrüssen.